Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von CuteClay. Mein Name ist Anna. Ich freue mich über den neuen Abonnenten. Hallo! Und wir machen heute gemeinsam Spring Vibes Ohrhänger. Also frühlingshafte Ohrhänger aus Sculpey Liquid. Und falls ihr euch jetzt fragt, das ist eigentlich Sculpey Liquid? Das ist sowas wie Fimo Liquid. Super erklärt, oder? Naja, also das ist quasi Sculpey bzw. Fimo, also Polymer Klee, verwässert. Das Ganze ist einfach gelartig, härtet aber genauso aus im Ofen und benötigt einfach ein bisschen mehr Hitze. Ansonsten total gleich. Ich mische hier noch ein bisschen Mika Pulver dazu, rühre es an. Kombinand darauf, dass eigentlich eine Spachtel viel besser gewesen wäre als ein Zahnstoffer zum verrühren. Außerdem ist das Mika Pulver leider zu schwach. Ich habe einiges an Pulver reingegeben, aber es glänzt trotzdem zu wenig. Egal, es wird jetzt trotzdem auf diese Form, auf diese Silikonform gestrichen bzw. derzeit noch gepatzt. Und mit dieser super coolen Spachtel kannst du es dann glatt streichen. Das war nicht so einfach, wie es aussieht. Und zwar muss man hier langsam vorgehen. Ich streiche viel zu schnell. So ist es richtig. Und dann nimmst du dir ein Feuchttuch und wischt es ab. Das ist mein Pro-Tip hier. Drüber streichen und dann, wenn du Löcher entdeckst, die durch das schnelle Streichen entstanden sind, einfach wieder auffüllen, drüber spachteln, wieder abwischen. Immer daran selbst herausfinden. Also es ist jetzt nicht so schwierig. Es funktioniert an sich tadellos. Ich bin nur doof. Okay? So. Also drüber streichen. Ja. Ja. Und abwischen. Du musst nämlich die Masse wieder herunterbringen. Ich habe einfach viel zu viel verwendet und ich wollte halt einfach alle Formen gleich testen. Ja. Das war einfach viel zu viel. Besser weniger am Anfang hinauf klatschen und nicht so viel wie ich. So. Und jetzt kann das auch schon in den Ofen. 15 Minuten bei 135 Grad später sieht das Ganze dann so aus. Ein ziemliches Gefummel. Und es bestätigt sich wieder. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier ganz, ganz viel runter streicht. Ansonsten hast du Ränder. Mir ist das jetzt Gott sei Dank nicht passiert, aber am Schluss waren bei den kleineren so ein bisschen hartnäckige Ränder, die ich sicher so nicht runter bekommen hätte. Also schwierig. Als kleiner Tipp. Man sieht hier, hier bleibt auch etwas hängen. Das kannst du mit der Nagelschere zum Beispiel wegschneiden. Das ist nicht so tragisch. Oder hier mit dem Finger geht auch. Aber so kleinere Dinge kannst du auch gut mit der Nagelschere wegschneiden. Sind die nicht hart? Okay. Jetzt schnappe ich mir noch ein paar silberne Kettelstifte. Also so Dinger mit Loch unten. Und fülle sie mit Perlen auf. Nimm dir einfach Perlen, die du zu Hause hast. Also es müssen natürlich nicht die gleichen sein. Einfach bunte, coole, schöne, fullingshafte Farben. Pastellfarben sind hier gut geeignet. Und die fädle ich hier einfach auf. So. Könnte ich mir mehr um Stunden handeln. Gut. Genau. Und mit der Schmuckzange mache ich das gerade radikal. Und biege es einfach rund. So. Okay. Jetzt haben wir quasi auf beiden Seiten einen Schlaufer. Und diese Schlaufer muss nun rein in unser, ich nenne es mal Mandala. Ich nehme hier bewusst ein Loch in der, ich nenne es mal in die zweite Reihe. Also eines der größeren Löcher im Mandala. Damit das bisschen mehr Stabilität hat. Ich hatte irgendwie Angst, dass das Ganze reißt. Boah. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Das Ganze befestige ich mit einem Biegerring auf beiden Seiten. So. Genau so. Zumachen. Und völlig. Genau. Achso, ja. Und ich habe ein Loch dazwischen freigelassen. Und mit einem Zahnstocher habe ich noch Löcher, die verschlossen waren, geöffnet. Und oben kommt natürlich noch ein Ohrhaken rein. Da habe ich auch noch eine weiße Perle drauf gesetzt. Und schon sind unsere Ohrhänge fertig. So schnell habe ich tatsächlich noch nie so schönen Schmuck erstellt. Also wirklich eine tolle Sache. Mir gefällt das super gut. Wirklich cool. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude mit dem Video. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020